Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Willkommen! Und Sie kannten Franz? Ja. Aus Frankreich. Oui. Pensez à lui toujours. Comme un brèche l'oblier. Ich bin froh, dass er da ist. Macht es dich nicht auch glücklich? Doch. Aber er wird weg gehen. Dann werden wir uns bemühen, ihn noch eine Weile bei uns zu behalten. Sie sind oft hier. Das ist hier, Franz hat mir gefragt. Sie haben viel zu tun. Das Problem ist Franz. Schöne Anna. Es muss ich Ihnen sagen. Du bist jung und schön. Versäume diese Chance nicht. Mon fils ist ein garçon fragile. Il ne faut pas le tormenter. Ce n'est pas moi qui tombe ton fils, madame. C'est Franz. Was würde die Wahrheit bewirken? Noch mehr Schmerz. Noch mehr Tränen. Was empfinden Sie für diesen jungen Franzose? Ich weiß nicht mehr. Wander, mit einemño Paar noch mehr Tränenρόfen. Untertitelung des ZDF, 2020